hey leute und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal nach gefühlt 80 schwangerschaften 50 geboren bin ich auf diesem kanal mal wieder lebendig oh mein gott ja willkommen zu diesem neuen video heute ein video was sich sehr viele von euch gewünscht haben was auch schon länger geplant war aber irgendwie bin ich einfach nicht dazu gekommen denn wir haben jetzt sozusagen zwei babys zu hause und müssen uns als familie festigen und haben wie ihr seht überall chaos gerade deshalb gab es einfach wichtigere sachen aber ich begrüße euch zu meinem geburtsbericht von meiner zweiten geburt und diese schwangerschaft hat sich für mich angefühlt wie eine ewigkeit erst mal der kleine stress gemacht dass er vorher kommen wollte dann aber hat er sich anders überlegt und hat uns richtig lange warten lassen egal ich fange jetzt komplett ein tag vorher an und zwar der sechste 11 da hatte ich meinen frauenarzttermin und ja ich saß da im ctg wehenaktivitäten waren da aber ich regelmäßig habe nichts gespürt dieses dieses typische wenn man will dass das jetzt passiert aber sich nichts tut da habe ich meine frauenärzte gesprochen sie meinte okay wenn er jetzt übers wochenende nicht kommt da müssen wir einleiten ich dachte ich möchte nicht eingeleitet werden ich möchte dass dieses kind jetzt kommen will ganz natürlich und auch kommt ja dann sind wir nach hause gefahren und ich habe wirklich die tage davor und an dem tag auch ganz besonders alles gemacht was man machen kann um wehen auszulösen sascha kam sich auch schon wie ein gestörter vor ich kam mir auch schon mega verrückt vor weil naja wir sahen halt verrückt auch ich hab mein bestes gegeben dass dieses kind kommt aber irgendwann mal der mittag hatte ich keine lust und dachte mir so egal dann muss es halt so passieren wie es passiert gegen mitternacht wurde ich dann unruhig aber das hatte ich auch die ganze zeit dieses unruhige in mir die tage davor deshalb habe ich mir nichts gedacht bin dann ein bisschen rumgelaufen nach nach lilly geguckt ich gucke ja immer nachts nach lilly und dann habe ich gemerkt da unten tut sich was ich habe ein paar wenchen habe mir aber auch nichts gedacht weil paar tage davor war das genauso ich mich ins bett wiedergelegt zu den kosli und habe gemerkt okay die wehen werden immer stärker also fange ich sie an jetzt so ein bisschen zu messen und fange an sie so ein bisschen zu messen und gucke wie lange so eine wehe geht wie viel pause dazwischen ist und die app hat mir dann angezeigt ich soll ins krankenhaus fahren dann habe ich erst mal nach schräge weg gesagt du schatz ich habe wehen und er direkt aufgesprungen okay sollen wir losfahren ich so nicht wird erstmal die badewanne gehen und gucken ob es wirklich gehen sind oder nicht einfach ja nicht die gewinn und da bin ich hochgegangen in die badewanne und ist das schon mal interessiert ja soll ich mitkommen oder brauchst du mich ist nein nein ich mache das alles alleine ist alles gut ich nach oben gegangen und bevor ich mich in die badewanne gelegt habe hatte ich so ein kleines déjà vu und bei leonardo war das auch so da waren wir im krankenhaus und als ich mich im krankenhaus in die badewanne gelegt hat gingen die schlimmsten wehen los und ich dachte mir so okay entweder ich plansche mich jetzt mit meinem fetten arsch hier rein und das hört auf und dann bin ich auch angepisst weil es dann nicht vorwärts geht oder ich plansche mich jetzt mit meinem über fetten arsch hier rein und habe gleich die krassesten wehen meines lebens und ich muss diese ganzen treppen noch runter gehen bis ich zum auto komme und ich muss mich auch noch anziehen aber ich habe es durchgezogen ich bin rein und da wurden die wehen stärker und stärker und stärker und da saß ich in der badewanne habe sascha eine sprachnotiz geschickt dass es jetzt wirklich losgeht und habe in der badewanne auch schon im krankenhaus angerufen eigentlich wollte das sascha machen aber ich war so in diesem film gerade dass ich das einfach gemacht habe während ich in der badewanne saß und ich glaube sogar ich habe das zur hebamme gesagt die ins telefon gegangen ist dass ich gerade in der badewanne sitze ja dann sind wir runter gedüst und zum glück war jemand hier deshalb konnten wir den leh weiter schlafen lassen und sind dann ins krankenhaus gefahren und ich glaube schatz wie spät war das halb drei ich bin mir gerade nicht sicher ich glaube es war halb drei und sascha durfte noch nicht mit rein er musste unten warten mit spotify im auto saß der ärmste draußen naja eigentlich im auto in der wärme ich wollte sagen draußen im krankenhaus im dunkeln in der kälte nein er saß im auto mit popo heizung und genau ich bin nach oben gelatscht hab meine tasche und alles im auto gelassen habe nichts mitgenommen außer meine handtasche und mein mutterpass und dann saß ich da in diesem ctg-raum alone und ich wusste daran denken beim ersten mal saß ich da auch an derselben stelle nur dass kosli da war und mich zum lachen gebracht hat mich abgelenkt hat und diesmal saß ich halb im dunkeln da drin mutterseelen alleine mutterseelen alleine und das war so weiß ich nicht habe ich so mit dem wehen alleine gekämpft und das war schon ein bisschen traurig muss ich sagen aber dann wurde ich untersucht und dann meinte die hebamme zu mir ja geht doch noch mal übrigens die hebamme falls du das sehen solltest ich danke dir vom ganzen herzen beide hebammen waren unglaublich aber die hebamme so eine ganz junge eine ganz süße und die hat wirklich sehr viel mit mir mitgemacht die hat mein gewecker ertragen die hat meine hand gehalten die hat sich unglaublich schön um mich gekümmert und das werde ich nie nie vergessen genau sie meinte zu mir ja geh doch noch mal runter eine runde spazieren dann kommst du hoch mit deinem mann wir machen dann schon mal das zimmer für euch fertig da bin ich die treppen so runter gegangen so weit ich sie gehen konnte und als wir dann unten angekommen bin habe ich gemerkt das tut jetzt langsam aber ganz schön weh und ich habe probleme die wehen zu veratmen und sie ja irgendwie zu ertragen also bei leonardo hat sich das über zwei tage gezogen und ich habe mich so dran gewöhnt und diesmal kam alles so schlagartig und das war so schlagartig und das war wie zu zu viel in dem augenblick also ich hatte das gefühl das wird zu viel und ja dann kam ich bei sascha beim auto an und meinte so zu ihm boah ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr bitte lass uns hochgehen und hatte das gefühl dass meine fruchtblase auch geplatzt ist die ist nämlich vorher nicht geplatzt und sascha hat dann alles genommen wir sind hochgegangen ich brauchte wirklich super viele pausen um irgendwie wieder ins krankenhaus zu kommen und als er oben ankam wurde ich untersucht und hab dann gesagt okay entweder ich versuche es weiter durch zu ziehen aber ich hatte angst dass wenn ich das so weiter durch zieht dass ich bei der geburt genauso wie bei leonardo so extrem müde bin und das ganze nicht wirklich mitkriege und nicht anwesend bin und dann zu wenig energie habe und sich das noch länger zieht dass ich dann gesagt habe okay ich nehme jetzt so eine pda es gibt es noch eine laufen laufen pda also eine pda wo du weniger schmerzen hast aber du kannst noch gehen und du spürst den druck und alles dass ich dann nach der verlangt habe wirklich verlangt habe und die habe ich dann bekommen zugegen ich glaube gegen fünf ich bin mir da gar nicht ganz sicher ich glaube gegen fünf war das und zum ersten als sie mir das erste mal gesetzt worden ist sie wird ja hinten in den rückenmark glaube ich gespritzt ich habe den schmerz nicht so gespürt also klar ich habe den druck gespürt aber nicht wirklich den schmerz weil ich eher mit dem wehen beschäftigt war und die hebamme hat mir einen richtig tollen tipp gegeben sie meinte wenn eine wehe kommt mach einen o-ton also ist durch das mal so das habe ich auch gemacht für die wehen man so stark und so lang und so lang ne schützt das mein o ooo das nein schatz bitte bitte nicht bitte nicht bitte nicht das war ich habe nicht gemerkt wie laut das war und ich habe auch nicht gemerkt das das die lewis war das war es mit dem video leute die andere hälfte des geburtsberichts kommt in zwei jahren naja er wollte sein tutu ähm ja auf jeden fall dieses ooo hat geholfen ich glaube jeder hat mich gehört und das ist hei 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 den part überspringen wir mal mit dem o genau die pdr wurde mir dann gesetzt hat aber beim ersten mal nicht funktioniert so dass sie mir nochmal einen zugang legen mussten und ähm ja ich noch eine pdr bekommen habe und dann war das auch weg aber das unangenehme war ich habe halt den druck gespürt das fand ich gar nicht schlimm damit kam ich super super klar äh und fand es auch gut weil ich das gefühl hatte okay ich bin gerade anwesend und kann nochmal energie tanken äh was nicht so angenehm war dass ich gespürt habe wie das ganze fruchtwasser abging das war so ein bisschen unangenehm ähm und dann so gegen sieben uhr ungefähr sieben uhr ein paar zerquetschte habe ich gemerkt dass die pdr komplett weg war also dann kamen die kompletten wehen und ich habe bescheid gesagt und hab zu ihr gesagt ja können sie mir nochmal spritzen und dann meinte sie wir müssen erstmal untersuchen ähm ob das baby vielleicht schon kommen möchte und dann kann man keine mehr spritzen dann hat sie nachgekommen und sie meinte so oh ich glaube ihr baby will kommen und ich dachte mir so oh jetzt schon weil wir waren ja nicht so lange im krankenhaus und ich dachte mir so okay aber gleichzeitig wollte ich auch keinen Schmerz haben damit ich mich irgendwie darauf fokussieren kann und es ging mir auch irgendwie alles viel zu schnell und sie meinte so okay ihr baby will kommen dann haben wir ein paar Positionen versucht und Sascha hatte ja im Kreißsaal auch ähm da hattest du deine Maske an ne Schatz und der war so hinter mir und das wurde ihm auch kurz mal schlecht wegen der ganzen Hitze und dem Blut der Arme und der Maske und der Maske wir haben so ein paar stehende Positionen versucht und dann immer wieder in die Hocke ähm damit der Druck irgendwie weiter nach unten geht und da habe ich gemerkt okay das bringt nicht viel da habe ich mich hingelegt und das genauso wie bei Le mich positioniert und dann meinte sie so ähm dass ich immer wieder pressen sollte und das habe ich auch gemacht und dann meinte die Hebamme zu mir auch ja äh versuchen sie ein bisschen mehr Pausen zwischen den Wehen zu machen und ich konnte aber nicht weil ich hatte so ein Druckgefühl und ich hatte das Gefühl dass der Kleine jetzt sofort kommen möchte dass ich gar keine Pause habe also es war ich kann es ganz schwer erklären dieses Gefühl es war wirklich komisch und da habe ich einfach nur gedrückt und gedrückt und gedrückt auf einmal meinte sie so oh der der Kopf ist da und dann nee sie meinte oh ich sehe Haare und dann oh der Kopf ist da und dann war der Kleine schon da das ging so ratzfatz ne Schatz also um sieben Uhr meinte sie so er willkommen und um sieben Uhr zweiundfünfzig war der Kleine dann da also das ging wirklich so schnell auch Sascha war mega überrascht wie schnell der Kleine da war und ich hatte echt noch genug Kraft diesen Moment zu genießen und den Kleinen zu nehmen zu weinen vor Freude und das war eine unglaublich schöne Erfahrung und ich bin so stolz auf mich wie schnell das alles geklappt hat und wie gut ich diesmal auf meinen Körper mehr gehört habe als beim ersten Mal und genau dann habe ich den Kleinen an Sascha abgegeben damit sie den Kleinen untersuchen konnten ich bin ein bisschen gerissen und ich hatte viel Blutverlust also ich musste eigentlich wollte ich ja ambulant entbinden das hat leider nicht funktioniert weil ich so viel Blut verloren habe und der Kleine ein bisschen grünes Fruchtwasser hatte sind wir eine Nacht da geblieben ohne Coldly und ich war eine Nacht von dem Lee getrennt das war auch ein bisschen doof aber es war einfach wichtig dass es uns beiden auch gut geht und das war es auch schon also es ist halt wirklich ein super kurzer Geburtsbericht ich habe glaube ich mehr drum herum geredet als über die Geburt zu sprechen aber es ging halt echt super super schnell und ich hatte auch wirklich beide Hebammen waren super toll und ich habe da echt Respekt vor diesen Beruf und ich kann es immer noch nicht glauben ich meine die Hebammen die leisten so einen krassen Job ne Schatz also die hören so viele Frauen schreien und Schmerzen und und lieben ihn auch ja und lieben ihn auch ich weiß so als wir da im Zimmer waren da kam immer wieder eine Hebamme mal rein und sie meinte so oh ja ich kenne sie noch von der letzten Geburt sie hatten ja ein Weihnachtskind das war halt so richtig krass weil ich viele Hebammen einfach von Leos Geburt noch getroffen habe das war das gleiche Zimmer das war so krass einfach im gleichen Zimmer wo ich Leonardo bekommen habe ist auch Alessandro geboren das wurde uns erst bewusst als die Geburt zu Ende war was wurde es mir bewusst ich glaube dir schon früher ne du hast es schon früher gesagt und ja das war mein ganzer Geburtsbericht ich glaube super unspektakulär für viele da draußen aber für mich und auch für Sascha mega besonders denn unser Kleiner ist endlich da und wir haben ihn im Arm und ich weiß nicht jetzt ist unsere Familie komplett der Le ist der große Bruder der jetzt nur noch Alessandro Küsschens gibt mir nicht mehr ich krieg nur noch einen kleinen Gute-Nachtskuss und ich glaube Schatz du kriegst gar keine mehr oder? von Leli doch echt? aber die meisten kriegt Alessandro von ihm ja er liebt sein Bruder er liebt sein Bruder das ist so süß ja das war's also wir sehen uns in 20 Jahren wenn die Kinder aus dem Haus sind nein also wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit deswegen passiert wahrscheinlich mehr auf den Kozlowskis aber ich versuche ab und an mich auch hier zu melden und vor allem auch wieder ein bisschen mehr Beauty-Content aber es ist halt nicht easy gerade es ist einfach gerade nicht easy aber 2021 wird alles anders da freuen wir uns ich guck nämlich nach Sascha ich habe Angst dass er mich auf die Schnute haut 2021 wird alles anders und wir freuen uns auf das was 2021 kommt da kann ich jetzt leider nichts zu sagen ich glaube ich kassier auch schon einen bösen Blick aber ja wir sehen uns ganz bald wieder fühlt euch zerdrückt und zerquetscht passt auf euch auf bleibt gesund und schreibt in den Kommentaren was immer ihr schreiben wollt was immer ihr gerade fühlt und was immer ihr gerade denkt und bis bald muah 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 Bis zum nächsten Mal.